Geschichtliche Quellen und Berichte der Überlebenden lieferten den Stoff für einen Film, wie er dramatischer und spannender nicht hätte erfunden werden können. Der letzte Akt im Leben eines Mannes, der die Welt in Atem hielt. Gott für die einen, Dämon für die anderen. Nie wieder darf ein Mensch allein so viel Macht erhalten. Der letzte Akt eines Untergangs, bei dem es keine Grenze gab zwischen Todesangst und Lebensgier. Der letzte Akt, demnächst in diesem Theater.